So Freunde da draußen, 21.03.17 Uhr, doch pünktlich, ja nun mal klappt's. Ja Freunde, bei YouTube, wenn ihr live mit dabei sein wollt beim Roadtrip, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Twitch-Account. Heute starten wir nach Hause mit schönem Techno-Gelballer, Freunde. Krass denn, moin, ein bisschen der Erste, war? Ja, bei Checkmarkast, warte mal. Ja, der Erste. Geht er mich, Freunde? Hier im Hintergrund? Guck mal, da bin ich. Ja, zehn Sekunden noch, dann geht's los. Also wir haben fast ein Delay, vorne. Da bin ich. Ja, fünf bis sechs Sekunden Delay. Aber das ist wegen dem SAT-Server, vorne. Das geht nicht anders. So, jetzt kann ich nochmal diese komische GTS-App testen, ob die geht. Und da rein. Und da rein. Und das ist noch ein Stück, vorne. Ja, bis näher. Und da rein. Gut. Und da rein. Und da rein. Und da rein. Also das ist ein Stück. Geht nicht, wenn er, ah ne, dann schmeiß ich die Unterwendern-Tipp ab, für eine vernünftige Text-to-Speech-App, ich hab jetzt hier, warte mal, ich glaube ich wie in meiner heißt hier, Realtime-Chat. Dann wäre ich mit dem Stunt-Talk, wenn er, soo, ihr Verrückten, wir sammeln ein paar Beifahrer rein, dann starten wir so langsam, Zaki, Rubslau, dritte, liebste jetzt Zaki, rin kommen und gleich hier ein Combat reinhauen, guten Abend, Zaki, Synapsen-Caspar, grün-rote Kombi, guck geil, Lisa, ist auch da, der Gestein musste wieder rein, Freunde, der Ding ist sowieso geil. Da hängt er wieder ein bisschen. Na ja, Freunde, ich werde wahrscheinlich mich mal mit den Gedanken befassen, doch einen neuen Streaming-Rechner zu kaufen, aber wie ich den alles rüberkriege, daran möchte ich gar nicht denken, Freunde. Ach so, dieser schöne Breitseite, gleich an dem Synapsen-Caspar, wa? Genau, Spank. Mach mal Kio, Hallöchen, mein Wendt. Elektrochemie, hallo. Muss mal hier nicht stören gehen. So, Freunde, aber geht halt schon gesehen. Die Sponsoren des heutigen Roadtrips, Rewe, Aldi, Medimax, Vulvors. Und unten sind halt nicht mehr Bäckerei Dunkel. Ja. Lisa, also wenn heute nicht zeitnah Musikloben kommt, dann weiß ich wohl nicht Bescheid, was ich dann aufmachen soll mit dir. DJ Robert, guten Abend mein Freund. Hallo, Robert. So, Freunde. Wir fahren los. Enrico, guten Abend. Hallöchen und Elektrochemie hat's Battle Royale gewonnen. Warte mal, Elektrochemie. Mach hier mal Schiebe darauf für dich. Bis gleich die frische Luft geliefert werden kann. Geltet wird. Seht ihr? Oh, ja. So, das ist angekommen. Dann gehen wir zumachen. Oh, die Bierlady. Und der Pilz. Man kann ja auch fast sagen, dass die Bierlady ja einen Pilz in der Hand hält, oder? Enrico, warte so ein bisschen auftritt. 100 Bits. Hör auf. Hey, Freunde. Hat mich schon wieder mit so einem Stress angehen. Schönen Enrico für 100 Bits. So, nochmal Licht anmachen. Blitzer-Counterlift hoch. Ersten Blitzer. Seht ihr gleich. Naja, das stimmt allerdings. Aber so was machst du nie nochmal in Enrico. Ja, mein Freund. Da war ich geschockt. Ich musste gleich hier, danach gleich hier ein paar von meinen Schluckungstabletten schlucken. Kommodora Amiga. Ja, ein Abendmiss. Ich würde mal testen, Freunde. Wenn wir jetzt Schiebe da rauf machen, ob das rauscht, ja? Ich kann nicht sagen, wie die Dinger heißen hier. 4 Milligramm an Desartan. Nix draußen, okay? Naja, du fahren wir noch nicht schnell. Ey, vorhin bin ich fast genutzt worden, ja? Ich hab die Warn-App nicht angemacht. Da haben sie gelasert in der 30er-Zone. Aber ich fahr ja immer wie ein Opa. Der hat mich gerettet, Freunde. Gelasert worden. Der hilft hoch, klar. Ich glaub, es ist ein krass, Mann. Dann brennt alles weg. So, Freunde. Das Schiebedach haben wir jetzt mal auf. Jetzt fahren wir ein bisschen schneller. Ich muss die Schlaglöcher nicht ausweichen, weil die Straße ganz schön im Arsch ist. Gucken, ob es rauscht. Reinhard, Engkamer, Zaki der Weste, alles weg gewesen. Letzte Einreise vom Boot, die kriegt in Deutschland. Mutzeloni! Unser Happy Man. Guten Abend, Mutzeloni. Sechs Brummel, alles klar. Habt ihr überhaupt gesehen, Freunde, dass ich die Emojis gewechselt habe? Tecno-Prinzessin. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Ich mach Schiebedach wieder zu, weil es regnet. Schiebedach-Experiment. Hiermit beendet. Ja, die Konzertchen. Bin. Die Konzertchen. Ja, die Konzertchen. Ja. Schiebedach. Schiebedach-Experiment. Hier wurde Multiverse. Guten Abend, mein Freund. Herzlich Willkommen. Genau, Techno-Prinzessen. Weil ich habe es so gelernt, bis 18 Uhr sagt man noch, schönen Nachmittag. So Prenner. Der Pomat. Wenn es spannte 100, dann gleiten wir rein. Keine Angst, Freunde. Da haben sich ein paar Songs eingeschlichen in die Playlist. Die sind ein bisschen softer. Aber kommt auch ganz viel die Banner. So Prenner. 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 Fummel-Ecke, richtig, eine Fummel-Ecke. Na klar, ich denke, es gibt so nichts zu meinem Surfer. So ganz einfach gemacht. Ach so, da ist er. Sacki, unser Österreicher hat gewonnen. Ja, schnell. Okay, schnell, Lisa. Jetzt habe ich jetzt fast ein Schweizer Video gemacht. Aber da habe ich noch mal überlegt, nee, nee, nee. Das wäre ein Fauxpas gewesen, oder? Das wäre ein Fauxpas gewesen. Hallo, Hallöchen. Yo, guten Abend. Nee, Entschuldigung, schönen Nachmittag. Jetzt eigentlich noch selber vor 18 Uhr noch guten Nachmittag. Halt mich nicht dran. Ja, aber dazu bin ich zu wenig weit nördlich. Sagt man hier in Berlin und Brandenburg, sagt man das eigentlich nicht. Ich glaube, es ist ein Kasper. Na ja, die Mädels, ich sehe schon, die Mädels feiern heute. Ja, da kommt noch ein paar Kachabringer. War noch nicht alles. Ja, nee, Lisa. Vergaser. Kannst du dir die Playliste noch einladen, Lisa? Ja, Vergaser ist sie. Hey Freunde, das machen wir mal nachts, wenn keiner zuschaut. Ja, Vergaser ist sie. Ja, Vergaser ist sie. Check mal mit Ausrufezeichen Points, weil du brauchst tausend Teuerpunkte bei Stream Elements, aber Abonnenten können der Tecno-Prozessin Points schenken, Gift Points, Add und so weiter. Okay. So, Lisa, jetzt hast du den nächsten Stressform gesagt, weil meistens geht er den Ticket auf den Link, denn muss die Tecno-Prozesse über den Link hin kaufen. Jetzt kannst du das Ticket kaufen, Tecno-Prozessin Wunsch-Command gewinnen. Nee, der Napsen-Casper meint Lisa. Lisa hat schon 20 Wunsch-Commands oder so gewonnen. Danke fürs musikalische Lob, Zappi. Bitte. Damit herb ist eine Angelegenheit für modelle gasiste Branche, Also die Dringel von hinten ist die wahre Wahnsinn, wahnsinnige wahre Freude. Vielleicht kann ich nicht so schnell fahren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Golan, hat alles geklappt Ich habe meine Prioritäten auf den Stream gesetzt, Golan Ciao Ciao! Ja, Freunde, gönntet doch mal der Techno-Prinzessin Ey, die ist hier relativ frisch im Stream, Freunde Da könnt ihr nicht gleich Schiebungen reinhauen Was ist mit euch los? Musik Musik Oh, Internet schwächelt Ich habe jetzt hier, Freunde Ich werde euch nur mal erzählen, was wir hier so ein täglicher Wahnsinn Ja? Aber jetzt hier mit dem Handy nicht stören drin Da wäre es drüben Jetzt ruft hier jemand, wundet 20. Mal an Kommt ja immer der Besetztton denn, ja? Und ich sage euch, der wird noch weitere 20 Mal an Geschäftlich Arbeitsanruf Musik Nee Wie gesagt, weil um 17.46 Uhr rufe ich wegen Arbeit niemanden mehr an Und das ist unnötig, weil irgendwann ist so Feierabend, weißt du Nee, ist nicht dringend, ich weiß ja, was der will Musik 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 sind viele viele zu chatten auch mit den grüßen zu tun aber arbeit ist arbeit schnaps ist schnaps nee prozent du warst du nicht man würde meinen wie soll das gehen als hausverwalter muss man vor ort sein kohle an sonst wird das nix Online-Besichtung, Roland. Online-Besichtung. Ich bin gerade wieder angeputzt. Im Internet war eine Techno-Prinzessin Battle Royale gewonnen. 500 Kubikmeter Luft, mach Fenster auf, wird uns gleich geliefert. Mit einer Erfahrung. Sehr gut, Mokio, willkommen zurück. So, jetzt hat EVZ gewonnen. Und da muss ich sagen, Freunde, erlaube ich euch, wenn EVZ die Schose hier gewinnt, macht mal Schiebungen. Weil da ist, da stimmt man nicht, wenn der event. Guck mal, wie er doch schmut hier, weißt du? Guck mal, wie er schmut, Freunde. Schreibt dann selber doch die Nachricht hin. Gibt es nochmal eine Schiebung? Abklingt zwar jetzt eine Scheiße. Ja, komm, mach mal Schiebungen hier, Freunde. Motz. Schlafen alle, die Motz. Genau, Mokio. Lisa. Lisa. Lisa, Lisa, Lisa. Ich wollte gerade anziehen. Ich bin nicht. Ich bin nicht Lisa. Ist mir egal. Ja, ich bin nicht��ig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mh, der war gut. Hey, alles gut. Der Witz war gut. Das war das Essen, Freunde. Eine schmaukige Apfeltasche von McDonalds. Wenn man die Schwachzunge aus der Zunge hat, kann er das? Wo bleibt der Bass, Freunde? Das ist mein Freund. Gut, nochmal. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das ist Lisas Song. All she want to do is rave. Sehr gut, EVZ, sehr, sehr gut. Danke Yoda, das Loben. Ließer Danke, Miliwitz, Dankeschön. Ja. Wenn jemand aus dem Englisch spricht, dann kann er Englisch mit ihr, Freunde. Ließer, versuch mal wieder eine Flücher wieder. Ja. 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 Dann gehen wir weiter. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, Lisa, aber das schadet mir auch nicht, wenn ich mal eine Woche Nischt esse. Ja, da hätte ich noch 20 Kanister vorliegen, Banu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Freunde. Manchmal zaubert die Musik. Ja, da hat die Musik und Leute aus dem Lärm. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiss noch Kio, aber morgens zart, abends zart, was soll ich sagen können, hat sie so eingebürgert. Ja, weil die Froschi-Frosch, die waren schon krass gewesen, die ich jetzt habe, die Emotes, die sind armlos im Vergleich zu dem, was vorher war, aber es gibt doch einen Neider da draußen, das ist eine Froschi-Frosch, wenn du weißt, was ich meine, ja. Und wenn sich da ein oder zwei beschweren, dann, naja. Der Schoko-Unkel, guten Abend. Viel Spaß dabei, Silabs und Kasper. Ja, aber das blinkt nicht so schnell, Zappi. Meine haben richtig aggressiv und schnell geblinkt. Bei Betatwitch.de habt ihr ja ein paar von den bösen Emotis, ja, nur mal einen Tipp, ja, sieht man zwar nicht im Chat, aber dann über den Bildschirm fliegen. Bis zum nächsten Mal. Jaa, EVZ! Richtig! Ich hab ja dann noch den Rot-Schwarz-Weiß, die Wechsel, Freunde. Aber das war auch ganz böse, ja. Das wollten sie auch nicht. Oh, der Lorax. Ja, der Lorax. Better late than never. Besser spät als nie in German language. Good evening, my friend. Our beardless man, the Lorax. Are you at work, Lorax? Very hard music for working today. Na man, der ist der chinesische Verkehrsminister. Um Lei Tung. Okay, it's the Lorax, we say some knee slapper. German jokes. The Germans are funny. Jaa, hast du gehört, Banu, ja? Wiss ich nicht, erzähl mal, Banu. Dieser Mario. Das ist wirklich ein Schenkelklapper, Banu. Wo hast du den denn rausgekramt? Der Lorax. Der Lorax. Ich weiß nicht, ob du das Syrien kennst. Da war ein Schenkelklapper, mit einem Schenkelklapper. Und genau. In dieser Schenkelklapper sagen sie, die Deutschen sind nicht schenkelklappen. Ja? Ja, mach mal. Aber nicht, dass ich es automatisch sperrt wüsste, Banu. Ich habe meine Regeln weit runtergeschraubt. Da war Twitch. Habe ich, na klar, Warnung. Ich habe nämlich schon ein paar Mal ab jetzt hier, Freunde, ganz neu. Irgendwelche Nachrichten muss ich denn freigeben und sowas. Keine Ahnung, ob das hier eine neue, tolle Vergleiche wieder ist bei Twitch. Der ist auch flach, aber... Mann macht Spruch für die Männer mal draußen, ja, Freunde? Der funktioniert aber nicht. Wenn jetzt so ein Mädel in der Bar anquatscht, musst du sie mal fragen, wie weit? Sag mal, weißt du, wie weit es bis nach Dortmund ist? Dann sagen die ja meistens ne, und du musst sagen Dortmund. Auch ganz flach, Freunde, oder Witz? Dabmaus, hallöchen. Könnten wir mal wieder Dab spielen, Freunde, wo ich Dabmaus hier gerade lese. Aber... Ja... Wollen wir mal Dabmaus spielen? Ja, EVZ. Wir sind doch nicht. Heute eskaliert der Tier. Ja... Warno, der ist der Brecher, der Anmachspur. Oh, Markio. Okay, wir machen Stream mit Flachwitzen. Oh, was ist denn? Wann brennen? Will ich hier in der Abfahrt vorbeigefahren? Wollen wir mal gut checken, Freunde? Ne. Jetzt sind wir gerade an der Abfahrt hier. Nee... Ja, friends outside, you can chat in English here, it's no problem. Da Maus, wo kommst du denn eigentlich her? Da Björn, zum harten Techno-Stream kommt der Björn, guten Abend to its world. Jetzt geht's gerade, jetzt ist es gerade harmlos. Ach, die Frau von Mr. Dreiklang. Ja, Wahnsinn, guten Abend, schöne Grüße an die Mr. Dreiklang. Die Frau von 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 Mr. Dreiklang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Hoschen! Freunde, warte mal, ich kann Handbremse nicht anziehen, kann ich nicht, hab keine Handbremse. Hoschen, da ist er. Guten Abend Hoschen. Freunde, Hoschen folgen, unbedingt. Mein Freund, bringst du morgen waschen? Freunde, wir fahren jetzt, ich weiß nicht, ob es hält, der Stream. Bei Jettner am Umspannwerk ist immer schlecht. Da muss man ja Pause drücken, Freunde, wir haben einen riesen Delay drin. Riesen Delay. Hoschen, die Musik, die du jetzt hörst, das ist ähnlich wie bei dir im Stream, Hoschen. Die mag nicht jeder. Ja, auch ein hinterlärm. Geballer, Freunde. So, Daumenrücken, Umspannwerk. Dann nehme ich schon ein paar Mal, dass der Stream abgeschmiert ist, Freunde. Aber Hoschen, wenn es so doll für dich ist, dann kannst du ja ein bisschen leiser drehen. Ja, das stimmt. Du hast ja auch schon das alte Hoschen, wo man dann sowas vielleicht nicht mehr so ertragen kann, weißt du? Oh, falscher Knopf, Freunde. Falscher Knopf drückt. Danke für das Loben, Sabi. Aber um die älte Generation da draußen ein bisschen zu beruhigen, wir hören mal in die Playlist darin für morgen früh, okay? So, Freunde, morgen früh um sieben gibt es sowas hier. Hört mal zu, Freunde. Harder Cut, morgen früh Softbacks. Hört mal zu, Freunde. So weit gibt es morgen, Freunde. Kamera einzufroren? Nee. Kamera ist nicht voran. Achso. So, eine eigene Sache, Röne. Und... Ich mache mal nächstes Sommer in den Herbst. Ja, mach in Ruhe, Sabi. Alles klar. Für den Hoschen. Hoschen, guck mal auf den Stream. Für dich. Guck mal ruhig wahr. Ja, habe ich meine Spione schon berichtet. Hoschen, mein Freund. Mach mal Unboxing. Mach mal Unboxing, Hoschen. Komm, Instagram geht noch. Also, morgen früh sowas hier. Was ist denn das? In der Musikbrille. Deswegen darf ich jetzt Sonne stellen. Naja, warum nicht? Können wir machen. Und Fett, oder? Ist das fett? Alles klar, Sabi. Dankeschön. So, meine. Okay. So. Hier, Streamlabs unten. Funktioniert übrigens nicht. Keine Ahnung. Aber ich versuchte vorhin zu reparieren. Muss ich wahrscheinlich wieder neu installieren. Wegen Last Follower und sowas. Schöne Musik vorhin, oder? Aber passt doch. Zurück zur alten Playlist. Ab, geht da. Ja, Hoschen. Da grüfen wir mal, was du da veranstaltet hast. Und dann machen wir Unboxing-Video. Live im Stream morgens. Bis zum nächsten Mal. So, Freunde. Okay, passt auf. So, Freunde. Also, wir sind angekommen. Wir gehen jetzt mit den Hunden raus. Ich zeige euch nochmal die Wettersituation, dass ihr nochmal eine Vorstellung habt. So sieht es aus, Freunde. Ich werde mein Mützchen aufsetzen. Mit den Hunden rausgehen. Und wir reden jetzt, Freunde. Wir reden jetzt zum Curcise. Haben wir schon lange nicht mehr in die Rede, Freunde. Kommt bitte mit zum Rät. Ihr wisst, das ist immer ein Mega-Support. Und dann werden wir mal gucken, dass wir mit Paket vom Horschen in die Hand kriegen, in die Finger kriegen. Dann werden wir mal ein schönes Unboxing machen. Also, ab geht's zum Curcise. Ich zeige euch mal. Bleibt dran. Dann kommt mein kleiner, kürzer Command. Kopiert mal den, wenn er kommt. Ja, genau. Da reden wir, Freunde. Zum Curcise. Und dann zieht euch mal rein zum Curcise. Dann geht die Party weiter, Freunde. Ich bedanke mich für den Support, ihr Verrückten. Und wir sehen uns morgen früh um 7 Uhr wieder. Bye, bye. Bis zum Curcise. .